Wenn du deine Nase in die Mütze steckst, musst du deine Nase in die Mütze stecken und 20 Sekunden nach inhalieren. Wenn du deine Nase in die Mütze steckst, musst du deine Nase in die Mütze stecken. Wenn du deine Nase in die Mütze steckst, musst du deine Nase in die Mütze stecken. Wenn du deine Nase in die Mütze steckst, musst du deine Nase in die Mütze stecken. Wenn du deine Nase in die Mütze steckst, musst du deine Nase in die Mütze stecken.